Letzte Woche sollte es eigentlich losgehen, ja man kann es so sagen mit den Quartalszahlen, dann gab es Attentate, es gab globale IT-Probleme, es gab trotz dessen natürlich spannende Bewegungen und auch spannende Quartalszahlen, also wir haben einiges zu besprechen, deswegen starte ich auch direkt rein, kurz vorher eine Info nochmal, weil ich dann doch ein, zwei Fragen dazu bekommen habe, morgen Nachmittag gibt es unser großes Aktien-Update, morgen erzählen wir alles zum Produkt-Launch, Einladungen haben alle bekommen, die eigentlich dafür qualifizierten, also alle qualifizierten Mitglieder haben Einladungen bekommen, falls ihr doch der Meinung seid, ihr solltet eine Einladung bekommen haben, habt aber keine bekommen, dann schreibt uns gerne, dann schreibt mir gerne eine kurze E-Mail, eine kurze Info und dann schicken wir uns die Einladung nochmal rum. Starten wir also mit dem Market-Down-Job. Wir starten mit einem Blick auf den Markt, ein kurzes Markt-Update, man kann so sagen, beim DAX ist relativ wenig los, es ist was los in negativer Richtung, das hat sich dann am Ende der Woche so ein bisschen wieder eingenordert, beziehungsweise zum Anfang dieser Woche, man sieht es hier oben ganz schön, ein blauer Start der Woche, es klang dann ein paar Tage bergab und was waren so die großen News, ja man kann sagen, das Thema Trump-Sieg war eigentlich so der prekäre Treiber der Märkte, muss man sagen, denn dieser mögliche Trump-Sieg drückt so ein bisschen auf die allgemeine Marktstimmung, insbesondere in Europa, denn die Maßnahmen, die man dann doch der Trump-Ära quasi zuordnet, wären eher welche, die dem europäischen und ausländischen Markt nicht zugute kommen, sowohl dem asiatischen als aber auch dem europäischen Markt, der ist sehr fokussiert, also auf die Stärkung der Binnenwirtschaft der USA kann man sagen und das hat man in den letzten Wochen sehr, sehr stark gemerkt. Was ist das große Thema? Ja, es soll Strafzölle geben auf Importe, es soll höhere Steuern geben auf alles, was das ausländische, den ausländischen Einfluss betrifft und es soll Erleichterungen für die inländische Wirtschaft geben. Wo sich das gleich nochmal unterscheidet, sehen wir später auch bei der Differenzierung zwischen Dow Jones und Nasdaq. Nichtsdestotrotz ist der DAX dann durch seinen langfristigen Aufwärtstrend hier gebrochen. Wir hatten ja zwar schon einmal einen, der hier nochmal etwas stärker war, war zuletzt eigentlich wieder im Fokus. Dann hatten wir den nächsten Trend, der hier war, der jetzt auch durchbrochen wurde. Man nimmt hier gerade wieder so einen Anlauf, man sieht es ja, um diesen Trend vielleicht zurückzugewinnen. Wir sehen aber auch neben dem Widerstand oder dem Aufwärtstrend ist ja auch der gleitende Durchschnitt ein Widerstand, sowohl der 50er als auch der 7er. Der MACD kippt ebenfalls hier wieder so leicht ins Negative. Also man kann sagen, die Stimmung ist nicht ganz rosig, auch wenn wir natürlich weiterhin auf relativ hohen Niveaus verharren. Wie sieht es bei dem Thema Anleihen aus? Und Renditen für Anleihen waren schon ein Fokusthema der letzten Woche. Wir hatten ja Zinssenkungen bzw. Zinsentscheidungen der EZB. Zinssenkungen gab es nämlich keine, denn man hat relativ deutlich gesagt, man guckt weiter auf die Daten, man guckt weiter auf die Datenlage. Man fand die letzten Inflationsdaten, die ja hier teilweise für so kleine Schocks gesorgt haben, gar nicht mal so schlimm, gar nicht mal so dramatisch. Und damit rückt der September als weiteren Zinssenkungspunkt wieder deutlich mehr in den Fokus. Das hat man dann auch in so kleinen Schwankungen im Anleihenmarkt gemerkt. Man sieht das hier unten. Wir sind dann ja zum EZB-Beginn oder vor dem EZB-Beginn auf so einen Tiefpunkt gelaufen, auf 2,4 Prozent. Nach der EZB-Sitzung leicht wieder nach oben, aber man muss sagen, so wirklich getroffen war der Markt am Ende nicht von den Entscheidungen, die dann die EZB getroffen hat oder auch die Entscheidungen, die sie nicht getroffen hat. Das heißt, ganz grundsätzlich kann man hier sagen, wenig Bewegung im DAX, wenig Bewegung aber auch in dem grundsätzlichen Zins, in der Zinssensivität des europäischen Marktes. Gehen wir mal rüber zum S&P 500, denn da war ein bisschen mehr los. Und zwar haben wir schon eine leichte Korrektur mal gesehen hier beim S&P 500. Relativ unüblich, in den letzten Wochen, man sieht es hier, ging es eigentlich relativ stetig bergauf. Wir hatten zwar mal dieses Aufsetzen hier im Juni auf dem Aufwärtstrend und auch auf dem gleitenden Durchschnitt und das Ganze nähert sich zumindest an der Stelle hier auch wieder diesen gleitenden Durchschnitt an. Allerdings wurden wir vorher ausgestoppt. Man sieht es hier ganz schön auf dieser oberen Grenze hier, also ungefähr bei 5.500 Punkten, wurde das erste Mal so ein Abprallpunkt geschaffen. Mal gucken, ob er beständig bleibt, denn auch hier hat ein möglicher Trump-Sieg so ein bisschen auf die Marktstimmung gedrückt. Und das liegt so ein bisschen daran, dass es eigentlich rein US-politisch so zwei große Themenblocke gibt. Und das ist natürlich zum einen der generelle Sieg und dann, was würde passieren, wenn die Republikaner in beiden großen Institutionen der USA an die Macht kommen würden. Und dann würde es bedeuten, Banken und Energiesektoren würden tendenziell profitieren. Dort möchte man die Wirtschaft stärken, während der Technologie-Sektor, der sowieso sehr, sehr stark gelaufen ist, eher so ein bisschen ins Hinterlicht fällt. Und das liegt daran, dass man ja insbesondere diese Aussagen zu Taiwan auch getroffen hat, generell wie man den Halbleiter- und Chipsektor sieht. Und nun mal sind die großen Technologiewerte diejenigen, die den S&P 500 treiben. Da gab es jetzt zuletzt eine Korrektur, insbesondere halt in der Verknüpfung mit einem möglichen Trump-Sieg. Jetzt sind wir immer hier auf einem Meckern auf hohem Niveau. Wir hatten 5500 Punkte. Wir haben jetzt keinen Einbruch gesehen. Es ist natürlich auch alles noch nicht entschieden. Aber man sieht halt doch relativ deutlich, dass es da eine Korrektur im Markt gab. Es ist hier eine schöne Grafik. Geht das eigentlich Zeit? Wir hatten lange, lange Zeit jetzt auch in diesem Jahr so eine deutliche Outperformance der großen Technologietitel. Ich habe es immer wieder angesprochen, dass das die Hauptmarktreiber sind. Und jetzt gab es in der letzten Woche mal so eine deutlichere Korrektur, dass auch wirklich die kleineren Titel oder der breite Markt eher diejenigen waren, die profitiert haben. Und das sind auch diejenigen, die insbesondere halt von einer möglichen Trump-Regierung profitieren würden. Denn das sind die Titel, die halt insbesondere aus der breiten, kleineren Wirtschaft bestehen, die man hier stärken möchte. Wie ist das Ganze am Ende auf dem US-Anleihenmarkt angekommen? Ja, man kann sagen, ja, man ist doch schon in ein weiteres Momentum, eine weitere Bewegung gerutscht. Das sehen wir ja auch nach diesem Ausbruch aus dem Wedgie hier in der letzten Woche. Das Ganze hat sich auch weiter fortgesetzt bis zu so 4,1-4,15%. Dann gab es aber nirgends so einen Turnaround. Und der Gedanke dahinter ist eigentlich relativ deutlich zu erfassen, insbesondere wenn man sich auch hier wieder die möglichen Maßnahmen einer Trump-Regierung anschaut. Denn es wird gesagt, all das, was man auffahren möchte zur Stärkung der Binnenwirtschaft, zur Stärkung auch dieser Sektoren, würde am Ende die Inflation wieder ankurbeln. Das würde im Kern wieder zu höheren Zinsen führen. Und dementsprechend haben die Zinsen oder die Zinsbewegung ja leicht zugelegt, aber dramatische Bewegungen gab es nicht. Das heißt, politisch einiges an Fokus momentan auf dem Markt. Jetzt ist aber die Berichtssaison wieder losgegangen und sie ist eigentlich eher so relativ, man kann sagen, genügsam losgegangen in deren Sicht. Es gab mal was Positives und mal was Negatives und es gab auch einzelne deutliche Ausreiter. Im Kern muss man noch sagen, es waren viele Ergebnisse bisher so ungefähr um die Erwartungen. Und nichtsdestotrotz ist der Markt sehr, sehr optimistisch, was so diese Earningssaison bringen wird. Und das heißt eigentlich, dass über 60% der Marktteilnehmer glauben, dass der S&P 500 nach dieser Berichtssaison einen höheren Stand erreicht hat. Und wir wissen, dass zu viel Optimismus kippt immer irgendwann in so eine Gegenrichtung. Das liegt daran, dass man natürlich sehr, sehr hoch und viel einpreist. Aber Bloomberg, insbesondere diese Umfrage, die Bloomberg hier gemacht hat, geht davon aus, dass der S&P 500 nach dieser Berichtssaison oberhalb des aktuellen Standes sein wird. Was bedeutet das Ganze politisch gesehen auch für die Märkte? Naja, wir haben natürlich gesehen, es gab Tumulte jetzt nicht nur um Attentate, es gab nicht nur Tumulte um globale Outages, sondern auch Tumulte, dass Biden halt zurückgetreten ist. Und das, was wir natürlich gerade besprochen haben, spiegelt sich am Ende auch in dem, wie der Markt über die Wahl denkt. Und das ist hier eigentlich nochmal so ein bisschen angepriesen. Also mit aktuell Kamala Harris als Hauptkandidatin, steht ja noch nicht fest, aber es wird gerade vom Markt so gehandelt, kann man sagen, haben die Demokraten wieder ein bisschen was an Boden gut gemacht und ist trotzdem aktuell nur so bei 40% Markterwartung. Und dementsprechend sind diese Trump-Trades, über die wir ja gesprochen haben, auch so signifikant. Das sieht man am Ende im Dow Jones, der hat nämlich sich deutlich besser bewegt, als wieder hier der Rest des Marktes. Das haben wir in der letzten Woche schon gesehen, haben wir aber auch in dieser Woche schon gesehen. Also die klassischen Aktientitel, das sind die, die von den jüngsten Entwicklungen hier profitieren, sowohl politisch als auch wirtschaftlich gesehen. Denn die letzten Wirtschaftsdaten haben wieder mehr Konsum gezeigt, breiteren Konsum gezeigt. Auch davon profitieren dann wieder die klassischeren Aktientitel, abseits natürlich der Technologiewerte. Und dementsprechend haben wir hier eine weitere Erholung des Dow Jones gesehen, mit neuen Höchstständen 41.000 Punkte. In der Spitze danach wieder eine leichte Korrektur. Und man sieht es, man nähert sich wieder diesem alten Aufwärtstrend an, den man hier zuletzt im Juni durchbrochen hatte nach unten. Also auch hier nochmal die Verdeutlichung spielt dieses Thema, was wir uns gerade eben angeguckt haben, eine große Rolle. Also die Out-Performances, der Mega-Cap-Titel, insbesondere der Technologietitel, die mildert sich gerade wieder ein bisschen was ab. Und der breite Markt kommt hinzu. Das sehen wir am Ende auch, wenn wir in den Russell 2000 blicken. Und den haben wir uns letzte Woche angeguckt mit diesem angepeilten Ausbruch bis auf 2300. Und den gab es tatsächlich auch in einer Manier, dass man zumindest zwischenzeitlich oben an diesen 2300 Punkten knapp gekratzt hat. 2280 waren es am Ende in der Spitze. Das Thema ist hier wieder das gleiche. Wir haben eine wahrscheinlichere Trump-Kandidatur. Wir haben einen Markt, der darauf reagiert hat mit einer Erholung des breiteren Aktiensegments. Wir haben Erholung zusätzlich getrieben von den Wirtschaftsdaten auf diesem Segment. Und dementsprechend bleibt das Momentum hier aktuell am Ball. Es gab dann wieder eine leichte Korrektur nach unten. Nichtsdestotrotz ist das schon ein relativ deutlicher Ausbruch hier aus dieser Seitwärtsphase, die wir uns die letzten Wochen angeschaut haben. Dem gegenüber kann man natürlich genau das Gegenteilige sehen jetzt beim Nasdaq 100. Denn der ist in dem Falle halt wirklich wieder nach unten korrigiert. Wir haben einen Bruch wieder zurück auf unter 20.000 Punkte gesehen. Das hat sich ja in der letzten Woche so ein bisschen schon angebahnt. Insbesondere der Chip-Sektor, wie gesagt, im Fokus. Auch da die aktuelle politische US-Lage sehr, sehr stark im Fokus. Und insbesondere all das, was auch die Trump-Regierung zu Taiwan und zu dem taiwanesischen Chip-Sektor und zu Taiwan als Land generell gesagt hat. Und jetzt muss man sagen, dreht sich hier gerade so ein bisschen das Bild. Man sieht das hier im RSI. Der ist deutlich nach unten korrigiert. Auch der MRCD ist mal wieder seit längerer Zeit deutlich negativ. Das haben wir zuletzt hier Ende April gesehen. Jetzt muss man an der Stelle aber wirklich auch sagen, wir sind immer noch auf hohen Niveaus. Und es gibt ja auch schon die ersten leichten Erholungstrends. Wir haben es zuletzt bei Nvidia gesehen. Die versuchen, neue Chips zu bauen, die auch gut kompatibel sind für den chinesischen Chip-Sektor. Um da auch die ein oder andere Regulierung vielleicht nicht zu umgehen. Aber Chips trotzdem exportieren trotz dieser relativ starken Regulierungen. Also vielleicht auch mal eine gesunde Erholung hier im NASDAQ 100. Diese Trump-Trades, die kann man sagen, sind natürlich nicht immer so beständig, wie wir sie vielleicht gerade sehen. Oder wie wir sie gerade auch in den Ausschlägen sehen. Wir sehen es hier so ein bisschen. Natürlich, die Debatten haben begonnen gehabt. Das waren so die ersten Ausfallerscheinungen, die man ja auch bei Trump gesehen hat. Bei Biden gesehen hat. Die ersten nicht, aber die ersten deutlicheren, kann man sagen. Und jetzt muss man sagen, sieht man hier so ein bisschen, was seitdem halt passiert ist. Der Russell ist gestiegen. Der Bankensektor ist gestiegen. Auch der Energiesektor ist gestiegen. Diese deutlichereren Ausschwünge gab es dann im Verhältnis zumindest auch nochmal nach dem Attentat auf Trump. Und dementsprechend sehen wir so ein bisschen die Marktkorrektur, die genau darauf halt reagiert hat. Ein kurzer Blick noch nach Asien zum Hang Seng. Denn auch da gab es mal so ein paar Besonderheiten. Und zwar gab es jetzt vor kurzem, also gestern, eine überraschende Leitzinssenkung in China. Damit hatte man eigentlich nicht so gerechnet. Es gab zwar diesen Gipfel, wo immer wieder wirtschaftspolitische Maßnahmen beschlossen werden. Dass es jetzt aber doch eine Leitzinssenkung kam oder zu einer kommt, ist doch relativ überraschend. Es ist aber nur eine kleine Leitzinssenkung, muss man hier sagen. 0,1 Prozent auf dem einjährigen und fünfjährigen Leitzinssatz in China. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, bleibt der Hang Seng hier auch weiter volatil. Man sieht das in den letzten Bewegungen, die es die letzten Tage hier so gab. Der letzte Aufwärtstrend, der bleibt eigentlich so noch intakt. Man kann aber schon sagen, dass man eigentlich so ein bisschen darauf hofft, dass der Immobiliensektor und der Konsum wieder zurückkehren. Zuletzt noch ein Blick auf den Nikkei. Der war zwischenzeitlich ja auf dem neuen Allzeithoch. Das haben wir uns in der letzten Woche angesehen. Jetzt muss man sagen, zwischenzeitlich gab es dann aber einen kleinen Umbruch wieder nach unten. Und zwar Gründe dafür kennen wir schon. Es ist zum einen der schwache Yen und noch ein bisschen die schwache Wirtschaftsleistung, die trotz des schwachen Yens am Ende entsteht. Und es kommt eigentlich gerade aus dem Moment, dass man sagt, okay, der Export, der profitiert gerade von einem sehr schwachen Yen-Kurs. Allerdings die Binnenwirtschaft, die profitiert gerade nicht. Und dort kämpfen die Menschen ja wirklich mit hohen, hohen Kosten. Denn der Yen hat halt auch im Land halt deutlich abgewertet. Und man muss auch in Japan einiges an Gütern importieren. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die Wachstumsprognose des BIP hier von 1,3% auf 0,9% gesenkt wurden. Hier ist eine Null zu viel. Man kann aber sagen, wir hatten eine Korrektur des Wachstumsprofils im Nikkei. Und das hat am Ende auch der Markt so aufgenommen. Leichte Korrektur, also hier nach unten wieder in diese Range, die wir zuvor gesehen haben. Bis zum nächsten Mal.